Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Nostalgie. Ja, ähm, ich habe ein paar Screenshots gemacht. Vielleicht kriegen wir heute mal noch ein paar Räume fertig. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal ins Bett gehen, bevor irgendwas hier explodiert. Äh, ja, ne? So. So. Sieht eigentlich, da ist ein Zombie. Aber das ist egal, solange es kein Creeper ist. So, schnell pennen gehen. So, jetzt muss ich mal schauen, was wir überhaupt alles brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall noch... Oh, Stein. Ja, moin. Alles am Start hier. Glas haben wir jetzt auch. Äh, hier haben wir schon mal einen Teppich, den wir jetzt aber eigentlich noch nicht verlegen müssen. Ja. Gut. Äh... So, wir brauchen vielleicht nochmal eine Schaufel. Hey, mach nochmal zu. Äh, Schaufel. Kriegen wir hin. So. Wir brauchen sonst noch irgendwas? Na, Holz brauchen wir. Wir brauchen nochmal jede Menge Holzzeug mit. Gut. Dann können wir ja loslegen, ne? Und diesmal... Oh, der Zombie ist auch tot. Tot. Ja, gut. So, dann schau ich mal, wie weit ich denn hier noch bin. Okay. So, ähm... Also, das haben wir schon mal alles. Jetzt bräuchten wir hier nur noch die zweite Etage drauf bauen. Hier die Ecke müssen wir auch nochmal schauen. Aber wir sind schon ganz gut dabei, muss ich sagen. Ähm... Ich glaube, es sind zwei oder drei hier drüber. Ah, ich sehe schon. Okay. Von da aus. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte oder irgendwas anderes. Vielleicht auch eher den Bereich. Ich weiß es nicht. Oder hier erstmal fertig bauen. Ich glaube, hier unten müssen wir erstmal fertig bauen. Das ist, glaube ich, besser. Gut. Dann muss ich da mal kurz schauen. Da wird ein schönes finden. Bibliothek? Wo bist denn du? Hm. Ne. Da müssen wir ein älteres nehmen. Zack. Oh, hier haben wir. Da haben wir was. Aber das ist die eine Seite, ne? Die haben wir ja schon. Boah, ich habe immer Angst, dass jetzt gleich ein Creeper sich anschleicht oder so. Okay, vielleicht kommen wir hier ein bisschen weiter nach links. Da haben wir es schon angemerkt, ja. So. Ich glaube, es sind... Ich glaube, es sind... Tatsächlich vier. So. So. Und dann irgendwie... Ich kann ja erstmal hier oben machen. Dann müssen wir hier nämlich auch nochmal nachher in die Richtung. gucken, ob ich da was habe. Oh. Da habe ich tatsächlich etwas. Gut. Dann schauen wir mal hier, was wir hier machen. Oh. Wir brauchen eine Erde. So. Muss hier weiter ergänzt werden. Sonst, was ich noch berichten kann, ist, dass heute... Ich weiß nicht, ob es heute oder gestern war, hat eine neue Kette aufgemacht. Die heißt Five Guys. Die haben hier in Hannover aufgemacht. Und ich dachte mir so, ja geil, gehst du mal irgendwo mal hin. Also ich war jetzt noch nicht da. Und dann habe ich auf der Webseite gesehen... Ja, die haben echt stolze Preise. Ob sich das rechtfertigt? Ich weiß es nicht. Ja. Ne? So. Äh. Jetzt müssen wir selber kurz gucken. Ist das eine oder sind das zwei? So. Das sieht gut aus. Oh Gott, wir müssen noch einen raus. So. Ja, wir können noch. Wir können noch. So. Ja, es kann hinkommen. Irgendwo bis hier hin. Gut. Dann schauen wir mal. Wir brauchen einmal das. Jedenfalls dreier Fenster. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Dann ist das, glaube ich, ein einzelnes. Und dann ist schon wieder Schluss. Kann irgendwie hinkommen, ne? Äh. Äh. Hm. Ja, okay. Passt. Das Verrückte ist, hier hinter kommt tatsächlich noch ein Raum. Aber ich zieh mir jetzt erstmal hier meinen, äh, Fensterbereich. Oh. Ist das richtig? Ja. Oh Gott. Vom Schatten her, da könnte man denken, das ist voll fail, aber nur. Ne. Hm. Dann hauen wir hier gleich das Zeus rein. So. Vielleicht, dass auch die Mobs nicht da rein können. So. Und haben wir noch Fackeln? Ja. Machen wir uns welche, ne? So, jetzt mal kurz schauen, dass hier überall was hinkommt. Okay. Mal gucken, was wir hier noch haben. Hier ist ein Zweierregal. Zweier, Zweier, passt. So. Dahinter kommt wieder eine Wand, ist klar. So. Wir haben gleich keinen Stein mehr. So. Haben wir nicht noch was? Ja. Gut. Alter, erstens für ne Musik. Warte mal kurz. Hab ich irgendwie... Better. Hm. So. Zack. 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 So. Zack. Zack. Das geht jetzt wahrscheinlich hier auch noch weiter. Gut. Dann hätten wir das auch schon. Lol, das ging aber jetzt relativ schnell. Mütchen mal gucken, wie das mit den, äh, überstehenden Zeugs ist, hier. Okay, ich seh schon. nein so nicht so als überstehen da ja erst mal so ein kranz drumherum das gleiche auf der seite hier hier haben wir es nicht hey wieso kennen das ach so wegen dem regal zeug ne das ist doch trotzdem überstehen oder nicht verwirrt naja was hätten wir denn noch zu bieten die halbstufen können wir verbrauchen jeweils unter den dingern hier und dann einmal hier irgendwie so ups da fehlt noch einer okay ich tue jetzt einfach mal hier überall fackeln platzieren gut nice jetzt glätt hat euch jetzt glätt so ja mich würde es also ich wäre liebend gerne würde ich jetzt wissen wie es wohl es ist erstmal eingezäunt ist die hauptsache jetzt müssen wir nur noch den anderen anbau machen aber ich glaube dafür nicht genug stein dann müsste ich doch mal eben steine kloppen bzw ja und dann sage ich bin da wieder da so ich habe jetzt noch mal ein bisschen stein geholt was mir aber fehlt ist tatsächlich noch mehr lava da werde ich jetzt noch mal zum lava pool gehen hier habe ich schon mal steine reingetan hier sind noch 15 drinnen beziehungsweise 19 hier haben wir jetzt auch nichts mehr großartig so ja dann würde ich da jetzt erstmal kurz noch lava holen irgendwo dort hinten irgendwo dort hinten oh oh ja hm kannst hier rüber kommen gut hat man das auch geklärt jetzt kann ich wieder frei guck mal hier sind überall die creeper löcher ja moin das zuckerrohr wächst auch und gedeiht guck jetzt auch schon ein creeper hochgegangen ich erinnere mich daran das trauma was ich erlitten habe so ist hier nicht der lava pool sein scha du 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 fährt man nicht natürlich scharf hä da hinten ist einer hier ab in die lava oh gott ja hier ist alles gleich kam was ist denn das für ne musik heute extrem laut meine güte tut mir leid es ist ja eigentlich steine an der oberfläche total verwirrend gut äh das war es dann damit auch schon so jetzt holen wir uns den mal die schafe kümmern haben wir denn haben wir denn wir haben alles da ne dann glaube ich alles dort ja den zaun mal erweitern gebt mir eure wolle brauchen ganz dringend noch blaue schafe aber die sind ja irgendwo da ganz hinten vielleicht können wir das mal kurz eben färben leute blau oh zeitzombie na du wirst du kommt hier rein oh gott oh gott oh gott kann ich hier wieder raus ohne dass die tiere durchdrehen oh gott ups okay blau 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 brauche ich äh und dann muss ich die nochmal den zaun erweitern beziehungsweise dann äh ich glaube blau hatten wir noch erstmal schnell hier einsperren so blau und ja hier haben wir was dann machen wir noch ein paar zäune so erstmal hier vierundsechziger stack so oh dann machen wir jetzt nochmal da haben wir noch fünf zäune aber gut so ne quatsch so ist es ne ja so da haben wir das schon mal erweitert dann haben wir blau und farb wow zwei ja nicht zu zu viel hä 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 so gut dann holen wir uns noch warte mal haben wir weizen da weizen haben wir auch noch am start guck also wenn es den tieren nicht gut geht du dann weiß ich es auch nicht du und du und und jetzt kriegt jeder was zu essen ja noch jemand hier noch nochmal noch jemand und wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich lila schafe dann werde ich halt den einen boden nicht grün machen sondern lila ist auch ne gute idee oh äh sir können sie mal da raum äh äh können sie mal hier reinkommen spring doch da rein das loch wird immer größer was ist denn hier los mit den ganzen scheiß creepern hier hat sich das nicht vorhin äh zugemacht man einfach so so und dann wollte ich den zaun hier erweitern ist ja denn da kommt gleich ich muss hier die ganzen bäume weg machen sonst irgendwann werden die creeper kommen und alles kaputt machen drei vier fünf sechs sechs so neun es passt null ich habe jetzt keine axt dabei nein mach mal so es platzt ja wieder aus allen nähten hier so wackel oh gott oh gott oh gott oh gott ist wirklich voll nicht schubsen komm äh oh gott ja nice ne 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 denkste ne ausbrechen oder so hier so ich werde mal hier ein bisschen ausleuchten kurz zack ich brauche ne axt sonst kann ich hier gar nichts machen so gut ich finde wir haben das schon ganz gut geregelt äh dann werde ich jetzt mal noch eine axt machen und natürlich ne stein axt äh heh mhm eins zwei drei ach wir haben noch eine okay dann enthalt spitzhacke ist nötig eine aus stein so äh ich tue das jetzt oh gott hier mal auch noch sonst ich tue das jetzt einfach hier mal rein so wolle ich tue das jetzt alles hier rein zack ähm jetzt ein bisschen sortieren hier ein eisen können wir hier rein tun den sand brauche ich hier gerade auch nicht so das ist doch eine gute ausbeute schon mal würde ich sagen da geht bald da hier das holz leer das holz leer guck mal so mal schauen wie es hier weiter geht mal schauen wie es hier weiter geht äh äh wo habe ich denn den anderen raum soweit bin ich doch schon längst oder was ist das jetzt für ein raum ach der okay die küche haben wir glaube ich mittlerweile schon vielleicht wäre der innenraum obwohl der ist auch noch nicht so wichtig der innenplatz ganz interessant was ist das ah ja okay also es gibt noch viel 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 zu tun auch wenn ihr die bilder jetzt gerade nicht seht äh so da musste ich mal kurz äh wieder switchen in den äh auf den server und schauen wie das hier drüben gebaut wurde der andere raum da drüben damit man das ein bisschen abschließen kann wenn ich sonst was hier spawnt weil hier das ist ja fast safe wenn hier drüben noch zugebaut ist äh nach creepern schauen hier ist eigentlich relativ safe gut dann schauen wir mal was ich hier machen muss und zwar von hier drüben äh eins noch vier vier und dann geht es in die richtung weiter naja es war nur zwei hoch da kommt keiner hoch deswegen ähm dann müsste ich mal schauen Sekunde 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 äh ich brauche tatsächlich Dreck ich glaube ich muss das sowieso hier alles wegnehmen deswegen machen wir das mal so weil der Raum wahrscheinlich bis hier hinten hingehen wird so es tut mir leid falls ich mit mal leiser oder lauter bin je nachdem wie die reiche Weite zum Mikro ist achso eigentlich hätte ich das hier drüben gebraucht ne wohl hier kommt sowieso Dings hin äh Stufen ja wow ähm ja ich müsste mal kurz ein wenig hier Erde holen wir können das vielleicht auch gleichzeitig ein bisschen abbauen hier eigentlich hier drüben ja also falls alle die hier zuschauen es noch nicht wussten ich habe auch noch einen anderen Kanal äh so wo ich eher so let's taste und let's äh let's vlogs äh let's taste und vlogs hoch lade alles was mir so gefällt und zwar ist der TheCaseyLive für alle die jetzt ihn noch nicht kennen schaut da einfach mal hin rüber hin oh ich kann nicht mehr reden es ist tatsächlich schon ziemlich spät gut äh ich werde jetzt einfach mal hier das erweitern wie alles jetzt runter fällt oder was okay es sind vier das heißt äh hier drüben wird schon wieder eine Wand gezogen oh Gott what the heck ist ein Berg im Weg gibt's doch gar nicht jetzt oder Berg geh weg ich meine wir haben jetzt auch Cobblestone aber wir haben hauptsächlich auch anderes Zeugs hier oh das hätte ich gar nicht abbauen müssen hier den schönen Cobbl of the zumindest jetzt da hinten naja dann werden wir das einfach hier stehen lassen jetzt so den Cobbl äh den Cleanstone und drumrum bauen drumrum abbauen okay hier das noch und hier kann er wieder weg der halbe Berg muss weg aber das kriegen wir hin das kriegen wir hin wahrscheinlich bin ich jetzt echt weit vom Mikro weg sorry ich werde noch ein bisschen näher rangehen und nicht so schreien vielleicht so also hier auf der Ecke da weiß ich das weg muss zumindest hier vorne weil da ein Fenster reinkommt so ich werde mal hier eine Fackel lassen wow das ist ein neuer neuer Spitzenwert hier also wir müssen noch ich mach dann wahrscheinlich offscreen hier den ganzen halben Berg weg gut gut dass dann nichts mehr gebaut wird daneben das weiß ich irgendwo kommt und hier noch eine Tür in aber ich baue es jetzt trotz allem mal zu so ähm so genau so wollte ich es hinpacken ist wieder so laut oder? was ist denn heute los mit der Musik? das war eine zweite so so also hier irgendwie im Eckfenster oh Gott nein 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 dann muss das doch erweitern ich glaube ich habe die eine Wand falsch gebaut so ich muss hier mal äh äh den Boden erweitern so so muss ich dieses Schei oh ich muss die ganze muss das hier alles wieder äh abreißen naja selber schuld so jetzt muss ich doch weiter nach hier rüber noch warte diese dieser Berg kriegt mich ja jetzt schon auf Mann Mann geh einfach weg so zack ja da müssen wir jetzt mal gucken hier äh eine Fackel wäre cool so mal kurz schauen ich glaube so gehört es hin oder es sind zweier so einer oder zweier wüsste wat ich lass es jetzt so zack zack gut äh aber der kann auch weg nein nicht runterfallen so so müssen wir das hier nochmal kurz abzählen ja das das sieht sowas von falsch aus aber gut äh ist halt passiert und äh ja was solls okay äh da haben wir ein Dreier, Dreier und Eckfenster 1,3 bam 1,2,3 bam Eckfenster bam alter no way wieso wieso ist denn hier ein Berg man geh doch einfach weg ich glaub's nicht ey ich muss den halben Berg weg machen damit ich hier meine Wand bauen kann ach nö 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 ach komm schon sei doch nicht so öff so dann um der Ecke ist bestimmt auch wieder 3 aber wahrscheinlich 3 bam ups falsch ach scheiß drauf macht jetzt keinen Unterschied mehr ich weiß nur dass ich hier Fackeln aufstellen muss sonst äh ist das ja ne und spawnen die ganz schnell das kann man gar nicht so schnell gucken dann ja kommt da irgendwo ne T- irgendwo ne Tür hin die ich nicht auf den Fotos habe das ist ne gute Frage das ist ne gute Frage ich 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 muss wieder äh rein es ist es hat keinen Zweck es wird hier irgendwo was spawnen ich merke das schon noch nicht aber komm wir noch irgendwo Kohle haben vielleicht muss ich mich auch tatsächlich mal hier in diesen Berg rein bauen weil äh ja keinen Zweck hat mmmm das werde ich glaub ich mal tun weil ich brauch ganz dringend Kohle egal was passiert ich muss hier rein wollen wir uns jetzt hier einfach so runter komm gib mir Kohle ich will ich könnte jetzt auch in die Höhle gehen aber dann ist die Wahrscheinlichkeit dass ich sterbe sehr 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 groß äh ich weiß was ich noch machen könnte ich werde einfach äh wow ich hab keine Rohrholz mehr oh da war doch noch Kohle haben wir noch 17 Kohle vielleicht muss ich das investieren damit ich äh da hinten Zeugs habe ich kann nicht mehr reden Leute gib auf ich gib auf so bitte chill 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 wie sie alle da rumhängen was ist denn da los irgendeine Veranstaltung ich geh jetzt ich geh jetzt einfach hier unten rein so wie hier natürlich Dias finde ist noch besser was ich bezweifle hier dieser schönen Steinspitzhacke ja ich würde sagen ich komme wieder wenn ich irgendwas gefunden habe so nach einer geilen Strecke hier habe ich endlich mal Kohle gefunden Leute wow wir sind übrigens auch für 37 wie geil wäre das eigentlich wenn ich äh unten ankomme Dias kriege ich äh aber kein Eisen habe ja aber wir haben schon mal Kohle ist schon mal etwas ich würde sagen ich melde mich dann wenn ich irgendwas finden sollte so Leute wir sind jetzt auf Höhe 9 nach 3 Milliarden Jahren bin ich dann mal unten angekommen ich habe nur Kohle gefunden ich habe jetzt schon wieder Kohle gefunden jetzt habe ich schon wieder Kohle gefunden aber auch Eisen Yeaaay erstmal abbauen hier ist das Redstone? ja ne? ja das ist das Redstone? Redstone ok gut zu wissen noch mal das schon mal So eine Lavaquelle wäre geil, beziehungsweise Dias wäre noch geiler. Ähm, machen wir so. Und ein bisschen mehr Eisen, damit ich mir so eine Rüstung bauen kann, wäre auch cool. So. Wollte ich dir sagen, was ist denn das jetzt für ein Gang? Oh, hallo Eisen. Ich nehme mich natürlich mit. So, auch nicht wenig. Oh, nochmal Redstone, was ich nicht brauche. Und Eisen, was ich brauche. Ich werde jetzt rumgraben. Muss ich ja wohl. Cool. Also Rüstung und Schwert ist, glaube ich, schon drin. Ob da noch mehr ist? Na, da will ich das sogar nicht mitmachen. So, ähm, so wollte ich sagen. Gut, das ist, das ist Redstone, oder? Ja. Ich brauche noch mal ein paar Fackeln. Das war auch kein Problem mit so viel Kohle jetzt, ne? So. Und Stein haben wir jetzt auch genug, finde ich. Wie geil wäre es, wenn wir jetzt Dias finden kommen. Schade. Doch, ich brauche die Spitzsacke noch auf und dann ist schon die Folge zu Ende. Und ich würde sagen, ich komme wieder, wenn ich irgendwas finden sollte. Oder zum Schluss. Oh mein Gott, Leute. Wisst du, was ich gefunden habe? F***ing Dias! Oh mein Gott, wie viele du sind? Wie viele... Oh, das sind es Emeralds. Bitte lass es, bitte lass es Dias sein. Okay. Ich muss mal ganz kurz mein, ähm, mein Dings aufbauen hier. Crafting Table und dann den Ofen bauen. Und das, das, das Eisenbraten. Äh, Endesalz, da. Koppel. Eisen. So. Dann brät das Eisen jetzt erst einmal und wir machen uns eine Eisenspitzsacke. Oh mein Gott, bitte lass... Ich glaube, es sind Dias, oder? Ja. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber... Emeralds sind normalerweise immer nur einzeln, ne? Ja. Cool. Kann schon mal drumrum graben. Vielleicht ist hier hinten noch was. Jetzt such, grab weiter und dann finde ich wieder welche, oder... Nein! Das war jetzt wirklich... Absolutely not plans. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh da. Oh mein Gott. No. No, 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 no was was 8 dias also erzählt ihr alter alter wir haben wir haben gerade 16 dias i know it's not special vielleicht für euch aber wir sind bei der folge sechste folge what the heck is going on ich muss mal kurz dass das zu ende braten hier what the fuck und dann gleich wow warte mal also wenn er jetzt doch welche sind ja dann trepp mich hin ehrlich hier ich dachte schon so ja jetzt muss man dann nehme ich den redstone auch mal kurz mit ne wenn er schon hier liegt sag ich nicht nein alter jetzt so larven alles weg mega krass so viel dias alter ich habe 16 fucking dias ich jetzt sterbe dann oh ja moin zuhause so laden wir alle mit ja gut ähm haben wir die andere den anderen redstone auch gleich mit dir nice so wo ging es denn hier nochmal hoch hier ok hatten wir noch irgendwas gehabt ach redstone ja hm hm ich hab's schon fast vergessen äh was wir sind voll ok granite braucht keine kein mensch kein mensch braucht granite ach redstone mega geil gott leute ok ich muss ich muss jetzt tatsächlich nach oben ich würde auch sagen ähm das war's wow das war's von dieser folge ich hoffe sie hat euch gefallen haut rein vielen dank fürs zuschauen und ähm hab ich das schon gesagt dann würde ich sagen äh falls ihr noch nicht abonniert habt würde mich riesig über ein abo freuen und ähm bis zum nächsten mal tschau tschau so jetzt schnell nach oben ach da ist 16 wir haben 16 dias wiii geilo oh mein gott was wir alles bauen können 16 di oh Verzauberungstisch äh 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 dia spitzhacke dia äh ne dia schwert mach ich jetzt nicht auf jeden fall spitzhacken und und ich hab mir ne ganze rüstung mach ich hab eisen und hey ach ich hab ich hab Kohle ich bin glücklich heute hätten wir schon viel früher machen sollen ok thus sag ich doch ey tschüss ciao